So, wir sind beim 15. Video angelangt. Immer noch 3 & 5. Immer noch bei den Quintolen. Das letzte Mal hatten wir 3 Schläge von 5 auf den Becken ausgeführt. Diesmal nur noch 2. Also die ersten 2 Schläge der Quintole. Ich spiele euch das vor. Erster Rhythmus. Weiter Rhythmus. Tschüss.